Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir und herzlich willkommen zurück Deiner neuen Folge von Minecraft Story Mode Ja, in der letzten Folge wurde einfach ein riesengroßer Wither auf die Welt losgelassen Doch wir konnten flüchten in den Nether Ohne Petra, wir haben sie verloren, wir müssen sie auf jeden Fall wiederfinden Und jetzt gerade sitzen wir in Minecrafts und flüchten vor einem Gast Let's go Genau, hier waren wir, sehr schön Wow The Nether Ja, das ist eine Menge Lava Und Feuer Und andere Dinge, die können Sie zu sterben Oh, nein! Oh! 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 Das ganze spielen wir emuliert auf dem Temu-Emulator, SEMU, und es läuft flüssig, oh mein Gott, nein. Was ist denn hier? Oh, Arms don't fail me now. Okay, wir haben's. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Tschüss. Okay, Ruben, remember how I said everything was gonna be just fine before? I know I was wrong then, but I have a very good chance. Hinter dir, hinter dir! Woah! Oh mein Gott. Kann die jetzt zurückschließend stehen? Wer war das? Oh mein Gott, das wird zu schwer. Nur noch einer, kümmern. Bäm! Ich hab gedrückt! Betrug. Kümmern! Yes! Down! So muss das. Okay, es rennt halt ein bisschen. Besuch macht mir das ganze Spaß doch. Oh mein Gott, das ist ein bisschen kracht. Oh mein Gott. Das ist ein Schmerz. Was ist das so kracht? Oh mein Gott. Woaahhh. Ich würde jetzt nicht gerne in so eine Afterwand fahren wollen, aber eigentlich ist es ganz cool. Halb so. Genau. Boah ist das laut. Okay. Und es lädt wieder und speichert natürlich auch. Guck, da leuchtet es lila. Ist das der Ausgang des Portals? Also erstmal schallt das Ultra und dann schallt es gar nicht mehr. Oh es hat gerade gelaggt, sorry. Oh es hat gerade gelaggt, sorry. Ja. All right, ich gehe. Ich gehe. Ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt. Wie gerade jetzt. Es geht endlich. Stopp stalling. Du sagst nicht mehr. Don't rush me. Okay. Here I go. Wow. Right behind you. Be safe up there, Axel. Ready or not. Here I come. Wow. Er ist durch den Apportanzug in die Oberwelt gekommen. Ich hoffe, wir kommen jetzt nicht irgendwo bei dem Ritter raus. Mal gucken. Nein, tun wir nicht! Wir kommen! Oh, da ist ein... Ich denke, du kannst was. Oh Gott. Das war knapp. Oh Gott. Das war knapp. Oh Gott. Nein, kein Corona. Alles gut. Alles gut. Das ist so episch. Das ist so cool. Axel, jetzt beruhig dich doch mal, lass doch mal Lucas hinzuholen. Ich glaube Axel sollte ein bisschen vernünftiger sein. Ja, aber oben. Ja, weil Zombies und Skeletter können dann oben nicht ein. Ich bin mir egal, so einzig. Ein Stück Erde. Danke, jetzt muss ich heute Abend nichts mehr essen. Bam, 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 bam. Klar, ein Baumhaus dauert ja so. Ich dachte, wir haben Dach überm Kopf. Ich glaube, das war doch nicht richtig. Entschuldigt bitte. Das ist gut. Es ist gut. Es sieht gut, Leute. Halloween Trailer 2. Okay, cool. Oh, Mann. Was? Ich werde dir etwas erzählen. Du musst nicht versichern. Was ist das? Ich habe Küche. Huuu! Oh, yeah. Ich liebe Küche. Eine für mich. Eine für Olivia. Eine für Jesse. Danke, Axel. Und eine für Ruben. Ja, klar! Entschuldigung, Lucas. Ich habe nur vier. Oh, nein. Es ist okay. Du kriegst meinen Keks. Boah, Axel, du bist so ein... Ameisenhaufen. Boah, ich finde Axel ist echt irgendwie unsympathisch. Weiß auch nicht. Das war für dich, Jesse, nicht für ihn. Aber natürlich auch originale Minecraft-S-Sound. Wenn du, wie würdest du kämpfen möchtest? 100 Zombie-Sizei-Zombie oder 10 Zombie-Sizei-Zombie-Sizei-Zombie? Entschuldigung. Oh, das ist ein guter. Wenn du mir denkst. Wie kannst du, bei einem Zeitpunkt wie dieser schlafen? Petra ist noch da draußen. Sie ist all bei dir selbst. Es gibt nichts lustiges über das. Oh, denk doch mal positiv. Was ist denn falsch mit dir, Axel? Warum sitze ich so ultra am Rand? Axel. Ich bin richtig, oder? Vielleicht, aber sie wird gut sein. Was macht dich das? Sie muss sein. Ja. Fertig. Oh, ich weiß, warum es laggt. Im Hintergrund läuft Cookie-Sticker. Sorry, Leute. Ah, ja, gut. Oh, was machst du? Hatte ich dir etwas tun? Ich würde wirklich wissen, weil du immer auf meine Kase bekommst. Weil du immer auf meine Kase bekommst. Und er versucht, zu helfen. Siehst du? Entschuldigung, Jesse. Ich werde nicht hier sitzen und hören zu diesem Mann zu erzählen, was was was. Ich versuche nur, um morgen zu vorbereiten. Du bist nur derjenige Kase zu tragen. Du bist derjenige Kase zu tragen. Du sagst uns, was zu tun. Mach das. 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 Was ist falsch mit Axel? Es bleibt so. Nein, der bleibt hier. Können wir nicht Eichsel rausschmeißen? Ich finde, der ist irgendwie unsympathisch. Was? Sorry, ich muss das kurz... So, das hatte nicht die richtige Größe. Sorry. Ihr konntet nicht den ganzen Screen sehen. Jetzt seht ihr den ganzen. Boah, das sieht schön aus. Im Sonnenaufgang. Ah, heute ist ein wunderschöner Tag. Die Vögel singen, die Blumen sprießen und an solchen Tagen kämpfen wir nicht gegen einen riesengroßen Witherstorm. Aber, wir müssen ja nicht den, ähm, Witherstorm bekämpfen. Wir können uns ja auch einfach darauf konzentrieren. Der andere Sturm in eurem Leben. Komm, komm around. Thanks, Jesse. Okay, gut. Ähm, Peter, du, du kannst das... Peter? Hey! There's something over that one. What is it? Some kind of building, I think. Let's get a closer look. Also, eine Art von Gebäude ist dort hinten. Dann klettern wir hier mal hoch. Was ist das? Bild! Da! Orden des Steins-Symbol habe ich im Inventar. Hier, über mir. Und dann da. Das muss es sein. Das muss es sein. Ja. Allein schon wegen diesem Symbol. Wegen dem Orden des Steins. Der zweite Teil hat so viel. Ich weiß auch, glaube ich, deutsche Symbol. Den spiele ich jetzt auch, wenn nicht der Korbteil der Korbteil. Wegen dem Orden des Steins. Isn't it weird, how Dispensers are carved to look like spooky little faces? Werf was? Oh mein Gott. Das ist safe eine Falle. Ich riech das. Ich seh doch hier die Druckplanung. Ich wusste es. Okay, safe. Safe. Atmen. Okay. Ich bin jetzt wieder. Ich bin jetzt schon da. Wir sind verabschiedet. Wir haben die Dispensers mit dem Pressure-Plat. Wenn wir eine Art und Weise finden, um es wieder zurückzunehmen, ich glaube, das wird sie weg. Es gibt eine Krafzügel. Vielleicht können wir etwas auszüglichen. Aus was? Wir haben nichts. Alle unsere Werkzeuge und Materialien sind zurück zu Hause. Oh. Ja, ja. Safe. Wieso macht man keinen Boden? Nee, nee, nee. Wie macht man einen Boden? Sogar? Dann hinfahren. Nee, hier drei Fäden dahinter. Oder? Ja gut, ich hab's. Äh, und jetzt noch... ...n Pfeil. Sogar. Sogar. Vielleicht anders. Nach oben? Ah, okay. Äh, ja gut. Let's do this. Tchuuu. Perfekt. Alright. The Dead Enders luck is changing. The Dead Enders luck. Die Toten Ender, Leute! So... Wollen wir das Ganze doch auch. This must be their Enchantment Room. Orin? Nee, Sorin war ein Architekt. Hey, Lukas, was ist los? Heute machen wir eine längere Folge. Ah, ich rechne heute mit 20, 30 Minuten. Oh, ich rechne das Buch. Ja, lesen wir mal das Buch. Ja. The battle was fierce. But the Order of the Stone emerged triumphant. Saving the land and ensuring that peace and prosperity would reign forever. Well, not exactly forever. These five members. Five friends. Five? Together would give so much to gain their rightful place. As five heroes. They would offer their own end. They would slay a dragon. Ai, was ist das? Oh, mit? The Order of the Stone? The stories never mentioned him. This is so crazy. This might explain why Ivor had such a grudge against Gabriel. They lied to him. They lied to the whole world. Why would they do this? Man, I can't believe you punched a member of the Order of the Stone. This is so crazy. The Order might not be what we thought they were, but Petra is still out there. That monster is still out there. Jesse is right. We need to focus on what we came here to do. Where do these stairs go? Now this is cool. Wow. What happened to the walls? More like what happened to this whole place. This must have been where they met. So, where are they then? Gabriel said that once we find the temple, the amulet would lead us to the Order of the Stone. Well, what are you waiting for? Pull it out then. Hmm, no. Is something supposed to happen? Well, that was a lockdown. There's got to be something we're missing. Look around and see if you can find anything. Okay, maybe we'll find something. We'll find something. We'll find something. It's the same as the amulet. Ja, das könnte vielleicht gut sein, wenn man das da rein platziert. Weiß auch nicht. Aber hier hinten ist es eine Reihe von Schaltern, die hier vorhanden können. B. Ja, da ist die Lösung. Du da. Ah, und jetzt der zurück. Wow. 200 IQ, Leute. Ich wusste es. Rot und grün. Wir verstehen die Farben. Stimmt. Elegane Magnus ist rot und grün. Vielleicht ist der Amulet nur sie, wenn sie auf der Ebene sind. Oder vielleicht ist es nicht funktioniert, wenn sie in der Nieder. Wir müssen uns ausgehen, was wir wissen. Ja, Mr. Patrick. Ja. Das Witherstorm ist noch da. Wir wissen, dass Gabriel was versucht, uns etwas zu erzählen. Wir müssen uns finden, die Order der Stone. Aber es gibt nur zwei Blights. Es gibt nur zwei Mitglieder. Das war nicht ausgebildet. Ja, aber wir brauchen dich. Yo, komm mit. Doch, wir brauchen dich. Gratis-Pizza. Es ist gar keine Pizza, Leute. Ich mag Käse allgemein. Außer Feta und Mozzarella, aber das fällt auch nicht direkt an der Katze, die Käse, finde ich jetzt. Vielleicht ein von euch, kann ich mit mir sein? Es scheint, Olivia wird dich komplett verabschiedet, während ich und Jesse sind nach Magnus finden. Nach Magnus? Du glaubst, das ist wirklich so, wie es geht? Wir brauchen Elagard. Sie ist der größte Enginheer der Welt. Sie wird herausfinden, wie es das Ding verhängt. Wir versuchen, es zu zerstören. Und wenn es um die Zerstörung geht, Magnus ist der Master. Du bist ein wunderschön, Jesse. Obviamente, das wunderschön ist, zu gehen und zu Magnus bekommen. Ich... Ich denke, Axel meint Elagard, Jesse. Äh, nein? Ich glaube, ich habe es nicht. Ich bin ziemlich sicher, Axel meint Magnus. Okay. Jesse, der Punkt ist, du solltest uns jetzt also zwischen Elagard und Magnus entscheiden. Du musst mit mir kommen. Du bist mein bester Freund, Jesse. Du bist du und ich. Wie immer. Denk mal, Jesse. Das ist mehr als ein Gutt-Kall. Und Redstone. Wir müssen sicher, dass wir das richtig bekommen. Wir müssen uns nicht mehr zu 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 bekommen. Das ist eine richtig schwere Frage. Redstone oder Explosion? Ich bin schwerster für Redstone, weil ich liebe Redstone und Redstone kann so viele coole Sachen machen. Ich glaube der Stuhl ist tot. Nächstes Mal, okay, der kriegt schon eine Pre-Show. Jesse und Olivia zurückkommen in den Nieder, die Intente zu finden, Eligard, der Redstone-Engineer. Und sie finden sich in einem Ort von verrückten Schmerzen, Redstone-Rarities. Amazing machines, limited only by the imagination of their brilliant creator. While the great storm grows, consuming everything in its wake, time is running out for our intrepid heroes. So, let's go. Untertitelung. BR 2018